Hi zusammen und willkommen zurück zu unserem Unreal Engine Tutorial. Heute geht es um den Master Sequencer. Der Master Sequencer macht in etwa genau das für euch. Er stellt euch eine Master Sequenz und das ist super, super hilfreich, weil man dann natürlich schon ein bisschen Ahnung hat, wenn man Ahnung hat, was man eigentlich machen möchte. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wir gehen hier auf Cinematics und dann Add Master Sequence. So und jetzt gehen wir hier erstmal unter, das können wir eigentlich drin lassen, also wir gehen unter Game Cinematics Sequences und das ist eigentlich hier drin, also eigentlich ist es in Ordnung so, wenn wir das Ganze hier in Content und dann Cinematics oder Sequences drin haben. Das Ganze wird genannt Master und ja, jetzt können wir hier einstellen, wie viele Shots wir haben. Ihr erinnert euch, wenn wir hier im Sequencer uns das Ganze angucken, wir hatten zwei Shots. Hier können wir einstellen, ich will zwei Shots, einen Shot, ich kann auch einstellen, ich will 100 Shots oder ich will 1000 Shots. Kann ich mir völlig frei aussuchen. Die werden dann alle für euch erstellt. Wir machen jetzt hier einfach mal drei Shots und dann könnt ihr ja schon direkt eine Sequenz zum Duplizieren auswählen. Ist das nicht geil? Da könnt ihr quasi sagen, hey, ich will meine Animation überall als Sequence drin haben. Dann wird es also für euch so angelegt und ja, den Rest könnt ihr quasi so starten einfach. Die Timeline könnt ihr natürlich sagen, hey, ich will, dass das Ding, keine Ahnung, 20 Sekunden lang ist. Also sagen wir hier 20 Sekunden. Und dann können wir sagen, wie die Shots genannt werden sollen, wie die erste Shotnummer sein soll und so weiter und so fort. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ihr hier einstellen könnt. Dann geht ihr hier einfach auf Create Master Sequence und habt schon direkt drei Sequenzen mit unserer Animation. Sprich, wir haben das hier und dann fängt er an zu laufen. Also alles völlig frei. Und ja, die Kamera, klar, die müsst ihr jetzt natürlich noch so einstellen, wie ihr das wollt. Aber das ist auch wirklich schon alles, was ihr machen müsst. Das Ding heißt jetzt hier Sequence Master und befindet sich hier unter Sequences, Sequence, Sequence Master, Shots. Und hier sind die Shots alle drin. Also ein bisschen arg viele Ordner für meinen Geschmack, aber ist in Ordnung. Und man kann jetzt hier wirklich schön sich die Dinger auch noch so runterziehen. Da sieht man dann besser, wo die Cuts sind. Und ja, eigentlich super geil, finde ich persönlich. Sehr, sehr vorteilhaft, wenn man halt schon irgendwie weiß, wie lange man das ganze Ding haben möchte. Und wenn man schon eine Animation hat und alles, da kann man relativ schnell eine Sequenz bilden. Und das ist eigentlich auch wirklich alles, was ich euch dieses Video zeigen möchte. Das war jetzt nicht so viel. Ich will euch nur ein paar kleine Tricks vielleicht noch zeigen, wie ihr das ganze Ding auch noch ein bisschen schneller machen könnt. Ja, das war es von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.